Hi und herzlich willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Ich möchte dir nur ganz kurz mitteilen, dass du die Chance hast, mit mir und anderen Fotobegeisterten zusammen nach Dubai zu reisen, in eine der modernsten Städte der Welt. Vom 19. bis zum 26. November sind wir in der Stadt und erstellen dort richtig geile Cityscape-Aufnahmen, Street Photography und natürlich werden wir uns auch die Bildbearbeitung anschauen und da vor allem das Thema Luminanzmasken. Denn das ist eigentlich das Geheimnis, was gute Cityscape-Aufnahmen ausmachen und wenn du mit Luminanzmasken noch nicht hundertprozentig vertraut bist, dann ist dieser Workshop auf jeden Fall das Richtige für dich. In diesem Workshop ist wirklich alles enthalten im Preis, sogar die Anreise. Normalerweise zahlt man die ja immer extra, bei uns ist es mit dabei. Wir fliegen mit Emirates, einer der luxuriösesten Fluglinien der Welt und wir wohnen in einem komfortablen Vier-Sterne-Hotel direkt an der Palmeninsel und in der Nähe von Dubai Marina, der luxuriösesten Wohngegend in Dubai. Außerdem enthalten ist eine Wüstensafari, ein Aufstieg zum Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt und von dort hat man eine richtig klasse Aussicht auf die gesamte Stadt zum Sonnenuntergang. Dann haben wir natürlich ein reichhaltiges Frühstücksbuffet im Hotel noch mit dabei. Wir haben die Metro-Karte mit dabei für die ganze Woche in Dubai. Das heißt, wir können uns dort frei bewegen, müssen da auch nicht nochmal extra bezahlen. Und vieles mehr, natürlich der gesamte Workshop an sich ist noch mit im Preis enthalten und das Ganze bekommst du für 1.999 Euro. Acht Tage Dubai mit Flügen, mit Hotel und dem Workshop zusammen. Ich denke, das ist ein absoluter Hammerpreis, den wir hier rausgehandelt haben. Das Ganze wird veranstaltet mit mir und Tour Vital, ein Reiseanbieter, wo ihr auch dann wirklich alles mit dabei habt. Wenn ihr weitere Informationen dazu haben wollt, dann klickt einfach mal unten in die Videobeschreibung auf den ersten Link. Da findet ihr weitere Informationen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich dich im November in Dubai begrüßen kann. Wenn du noch Fragen hast, dann kannst du mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist auch unten in der Videobeschreibung und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.